Aha! Das ist also diese TU Braunschweig. Die Toiletten schau ich mir doch mal genau an. Kommst du mit? Oh, ist das schön hier! Das Bezahlen geht ja voll leicht. Mit der Mensakarte kann ich noch nichts zahlen. Und mit dem Handy funktioniert das auch nicht. Auf keinen Fall vergessen für später. Und was jetzt passiert, ist reine Magie. Als ich klein war, konnte ich da noch durch. Aber jetzt bin ich schon groß. Oh, riecht das frisch. Also ich finde die TU Braunschweig richtig super. Und du? Natürlich sahen die Toiletten jetzt schlimm aus. Aber ganz ehrlich, andere Unis sind nicht besser. Schaut euch da mal um. Wenn ihr da mal auf Toilette wart, schreibt uns auf die Kommentare, wie es da ausgesehen hat. Würde uns interessieren. Ganz spannend dazu. Es gibt auch Forschung. Es gibt tatsächlich Leute, die beschäftigen sich mit Sprüchen an Klos. Und untersuchen die und werden die aus. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut da einfach mal in die Beschreibung vom Video. Da habe ich ein paar Links reingesetzt. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, freut uns das natürlich. Und wenn euch das wirklich richtig gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Dann sind wir richtig glücklich. Und wenn ihr jetzt immer noch Lust habt, dann schaut euch doch mal, ich weiß gar nicht. Hier. Da. Links oder rechts. Das muss ich noch üben. Schaut euch doch noch unsere Behind the Scenes an. Da haben wir uns die lustigsten Sachen ausgesucht. Oder, das ist dann weiter unten irgendwo, links, rechts. Kacken in Wacken. Unsere Inspiration. Also, bis demnächst. Macht's gut. Ciao.